Und ja, da sind wir wieder. Zurück und frech und munter beim Herrn Gunter. Komm mit, mein schönes Opfer. Und du kommst auch dahin. Ähm, ja. Das weiß ich nicht. Die wollten schon dahin liegen. Verhütter die. Die sollten ein Verhütter die nicht mehr. Alter. Ich kann mich nicht mehr hören. Ich wollte an der Seite. Aber, Karel wollte nicht. Was? Nein, Karel, du springst nirgends mehr runter. Help. Aber nö, da. Ich weiß. Wir knacken mal das Chassis hier. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Okay. Okay. Da ähntet die Ausschau. Und wir öffnen die Tür. Und klauen. Okay. Ich weiß aber nicht, ob da noch irgendwas war. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas war. Ja. Wapp ich nicht mehr runter. Ja. Und da. Ich weiß nicht mehr, ob da. Ich weiß nicht mehr, ob da noch was. Oh, ja. Ich weiß nicht mehr, wenn ich n阶aisinere. Oh, ja. Da. Okay. Ich glaube, hier geht's nicht so gut. Wir sollten was zum Essen finden. Aber schnell. Hier ist nichts. Komm schon, hier muss es da irgendwas zum Essen geben. Wer stinkt nur Schmerzenpipi? Oh man. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich muss nämlich wieder den Weg zurück. Äh, 70 Meter ist das noch entfernt. What? Oh da. Was hast du nicht? Was ist nichts passiert? Wachen ist es nichts passiert. Ich war ganz lieb. Und da war eine Wache. Ja. Na toll. Ah, da war auch eine Wache. Meine Güte. Der Mann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. War das knapp? Nee. Nö. Nicht knapp. Oh man. Ja. War hurtig. 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 Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Wie dein Stolz nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Oh. Hast du dein Boot noch? Ah. Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist. Was? Ich muss Nachforschungen anstellen. Es geht um Aaron. Hm. Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da. Und wo kann ich jetzt Phylon so kaufen? Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktion? Ich will aber erstmal Sachen kaufen. Kommen. Ich habe etwas für alle eure haglosen Bedürfnisse. Das finde ich gut. Nämlich erst brauche ich ein bisschen Nahrung. Und danach brauche ich ein paar Breitkopfpfeile. Und... Sehr gezahnt. Oh. Explosions. Seilpfeil, Stümpfeil, Leuchtbombe. Moin. Von den Leuchtbomben kaufen wir uns mal wieder ein paar. Und dann gucken wir hier mal. Die... Was tun wir uns lieber? Ja. Hm. Das hätte ich hier jetzt auch gerne. Das bringt nur 2 Gold. Wow. Warte. Wir haben jetzt 8 Wasserfall. Genau. Ach. Das bringt mir zu wenig. Hm. Wir müssen wir das halten. Hang wir uns. Hang wir uns. Okay. Vielleicht wär's hier mit ein paar schönen Vorhängen. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Äh. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt irgendwie... Diese Aufträge brauchen ein Profi wie dich, Gerrit. Vor einiger Zeit wurde immer ein Dahlianzer vom Morgen geliefert, aber er war gelungen, dann aus 2 Jahre wie ein verwundener Brot. Er hat da angefangen seine Abtraum zu malen, sich dann aber umgebracht. Die Schwarzsteuer hat mich abgemacht. Die Schwarzsteuer hat mich abgemacht. Die Schwarzsteuer hat mich abgemacht. Ich weiß, wo sich eines davon befindet. Wo ist die damit befindet und von dem Ballon ab? An ihm. Lass dich nicht erwischen. Lass dich nicht auf frischer Tat erwischen. Ach doch. Der übelsten Sorte. Der übelsten Sorte. Aber so richtig. Zurechtisch. 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 Ich will einfach mal mit, wohin gehst denn her? Die Verlassener möchtest du in das Kapitel beginnen? Und so. Ja, möchte ich. Danke sehr. Ah. Kannst los gehen? Ach ja, geht schon. Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir guttun. Ich komme ja von der Stelle. Besser. Hä? Danke. Okay. Oh man, ich nervt, wer mein Böde ist. Man nervt so tierlich. Ich habe eben erst Moria gelesen. Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Äh. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung. Als Strafe. Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich. An ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Warum weiß er, dass er starb? Ach komm schon, Gerrit. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Äh. Sagen wir mal. Ja. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier. Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Gruselig. Ja. Ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Ich war schon immer ein Geist. Es ist lange her, dass diese Insel einen guten Hof hatte. Da. Da war eben noch ein Boot. Wir werden dich hier finden. Wir rennen hier einfach mal lang. Ich kann aber natürlich auch atmosphärisch langsam gehen. Das geht nicht. Oh nein! Ich kann mir nur hin. Wir sind nehr hier. Wir sind die Stein, Augustin May. Hallo. Rechen hier, weiter bei deiner Kisten zu holen, nein, das war, achso. Hm, ja, achso. Dieses Stadion sieht komisch aus, was steht da, das Junge mir mein, Edwina Moira, das war's the dream the Baron brought to life, oh, yeah, weiss, zu, wollten sie etwas aus- oder einsperren? Oder etwas hinter sperren, oder etwas vorher sperren, oder etwas besperren, oder brühen, oder so, oder irgendwas, sieh an, was haben wir denn da? Das ist dein Schild, Garrett, das kennst du schon, davon hätten wir jetzt schon mehrere. Was? Ich wusste gar nicht, dass sie für ein Horror-Spiel ist. Wieso hat mir das niemand gesagt? Ähm, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich da vielleicht durch könnte. Und, äh, es könnte sein, dass man gerade, mh, Staubsauger dem Boden entlang schroffen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Nein! Geh weg! Danke! Mann! Was war denn das jetzt? Irgendein Update von irgendwas? Irgendein... Player oder so? F-L-V oder so? Ja... Was war denn das jetzt? Irgendein Update von irgendwas? D